Das Leben ist Begegnung. Begegnung mit Menschen. Begegnungen auf Reisen. Begegnungen mit Lebensarten und Wohnformen. Vor allem aber ist das Leben zu kurz, um etwas unversucht zu lassen. Zu kurz, um Träume nicht zu leben. Unser Traum ist ein eigenes Tiny House. Und dieser Traum wird jetzt Realität. Denn wir bauen uns unser eigenes Tiny House. Erlebt den spannenden Bau eines Tiny House. Von Anfang bis Ende. Von der allerersten Idee bis zum fertigen Entwurf, von der ersten Schraube bis zum Klingelschild zeigen wir jeden Schritt im Detail. Dazu stellen wir die vielfältigen Ansätze und Lösungsmöglichkeiten vor und bieten eine breite Informationsbasis zu den verschiedenen Themen. Welches Holz sollte man wählen? Habt ihr den richtigen Durchblick mit euren Fenstern? Vielleicht baut ihr ja auch schon bald euer eigenes Tiny House oder könnt wertvolle Tipps mitnehmen. Doch nach dem Bau ist noch lange nicht Schluss, denn dann begeben wir uns auf eine große Reise. Natürlich mit unserem eigenen Tiny House. Nach der Fertigstellung kappen wir die Leinen und begeben uns mit den eigenen vier Wänden auf eine abenteuerliche Reise durch die Welt. Auf der Suche nach versteckten und atemberaubenden Orten, interessanten Abenteuern und dem kursierenden Leben. Stets im Dialog mit anderen Menschen, die Eigenarten und Geheimnisse des jeweiligen Landes entdeckend. Doch damit nicht genug. Wir schauen auch über den eigenen Tellerrand hinaus. Abseits unseres Bauprojektes und der Reise steht das Thema Tiny House natürlich immer im Fokus. Wir stellen unterschiedlichste Tiny Houses und deren Bewohner vor, werden in Manufakturen und Handwerksbetriebe für kleine Häuser hineinschnuppern und mit Menschen über neue Wohnformen philosophieren. Wir beleuchten das Thema Tiny House aus verschiedenen Perspektiven und bringen somit Licht ins Dunkel. Regelmäßige Updates zum Thema Tiny House halten auf dem neuesten Stand und öffnen den Blick für die Entwicklung der kleinen Häuser. Ein langer und harter Weg liegt vor uns, aber wenn ihr uns begleitet, bleiben wir bestimmt nicht lange allein. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch, denn die Tiny House Community liegt uns am Herzen. Und da die Entfernungen in unserer Welt durch die Digitalisierung und neue Technik wesentlich zusammenschrumpfen, sitzt ihr bei Tiny House Tour immer in der ersten Reihe. Ihr könnt uns per YouTube, Website, Facebook und Instagram verfolgen. Aber Kommunikation soll keine Einbahnstraße sein. Wir freuen uns bereits jetzt über eure Fragen, Vorschläge, Likes und konstruktive Kritik. Außerdem sind wir euch dankbar über jede Form der Unterstützung, sei es via Patreon, PayPal oder einfach nur dadurch, dass ihr unseren Kanal abonniert, unsere Videos schaut, uns weiterempfehlt und teilt. Also lasst uns gemeinsam auf die Reise gehen, neue Wege entdecken, Informationen austauschen und ganz wichtig, jede Menge Spaß haben. Ich bin Marco und ich bin Jenny und zusammen sind wir Tiny House Tour.